Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem sechsten und auch zudem das letzte Update Video für dieses Mock. Es ist zu 99% fertig. Es fehlen nur noch die ganz 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 Kleinigkeiten. Und dann werden wir uns anders filmen, bearbeiten, schneiden, hochladen, alles drum und dran zufügen. Und ja, ihr seht hier schon mal die Klon Trooper, die mitspielen werden. Und ja, es war jetzt echt mega 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 viel Arbeit für dieses kleine, ja kleine kann man nicht sagen, für dieses 2 Platten Mock. Und ja, ihr werdet es dann in den nächsten Tagen sehen, wie krass geil es geworden ist. Ich muss selber sagen, es ist einer der geilsten Mocks, wenn nicht das beste Mock, was wir haben bis jetzt auf dem Kanal. Also es ist echt ein sehr starkes Mock, was man echt sagt. Ja und... Also es gibt immer noch wieder bei uns immer ein paar Teile, Probleme. Aber ich finde, wir haben sie hier gut ausgebessert sozusagen und haben das Beste daraus gemacht, was man machen konnte. Und ja, nur noch eine kleine wichtige Ansage. Der Planet ändert sich. Und zwar haben wir überlegt, da wir, ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, sieht man das Wasser? Ja, hier vorne. Aber hier ein bisschen Wasser, so wie eine republikanische Schlacht, also ein Republik gegen Separatisten, haben wir uns überlegt, dass wir den Planeten in Magito umändern. Der ist ungefähr auch so eisig wie Hoff, aber ich denke, dass hier die Wahrscheinlichkeit, dass hier Wasser ist, etwas höher ist und es passt vom Setting einfach allgemein besser. So, und jetzt bleibt eigentlich nur noch nicht viel zu sagen. Wartet, bis das Mock rauskommt und dann unbedingt wirklich, dieses Video wird gesprengt, bitte. Sprengt einfach den Like-Button unter dem neuen Mock, dann setzt es in die Trends am besten ein. Aber es ist mega, 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 mega geil geworden, muss ich ehrlich sagen. Und ja, also dann würde ich sagen, ciao und bis zu dem Mock. Im nächsten Mock, ja, ciao. Ciao.